Jedes Jahr lockt das Oktoberfest riesige Menschenmassen in die bayerische Hauptstadt. In diesem Jahr dürfen sich München-Besucher außerdem auf Konzerte von Schlagerkönigin Helene Fischer freuen. München, wer hat sich denn nur diese Terminplanung ausgedacht? In München laufen derzeit die Vorbereitungen auf zwei Mega-Events, die Ende September zeitgleich stattfinden werden. Denn die bayerische Hauptstadt feiert in wenigen Wochen nicht nur das weltbekannte Oktoberfest. In der Olympiahalle wird zwischen dem 25. und 30. September außerdem die unangefochtene Schlagerkönigin Helene Fischer, 38, auf der Bühne stehen. München bereitet sich auf ein Oktoberfest mit Helene Fischer Fans vor. Für Wiesentouristen und Schlager begeisterte Münchner gibt es also gleich doppelten Grund zum Feiern. Denn zweifelsohne werden sich zahlreiche Zuschauer der zum jetzigen Zeitpunkt nahezu ausverkauften Fischer-Gigs nach den Konzerten für einen oder mehrere Drinks auf die Theresienwiese begeben. Dass der Ansturm unter anderem für die Verkehrsbetriebe der bayerischen Großstadt eine echte Herausforderung wird, ist absehbar. In München gibt man sich derweil optimistisch. Die Stadt München ist insgesamt auf diese Situation eingestellt und wird mit weiteren Dienststellen und Behörden bewährte Abläufe anwenden, heißt es in einem Statement gegenüber tz.de. Man sei sich bewusst, dass die fünf Konzerte von Helene Fischer einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, Ende des Monats eine weitere Belastung für Polizei und Ämter darstellen werden. Dennoch sei bisher keine Änderung des erarbeiteten Sicherheitskonzepts geplant. Wiesen und Helene Fischer Konzert Ist da ein Verkehrschaos vorprogrammiert? Die Münchner Verkehrsbetriebe werden die Taktung der betroffenen U-Bahnen während des Oktoberfestes dagegen an die Bedürfnisse der Wiesenbesucherinnen und Besucher anpassen. Auch für Fischer-Fans sollen Sonderzüge bereitgestellt werden. Nach den Konzerten sind ebenfalls zusätzliche Züge unterwegs. Die in Richtung Innenstadt fahren, erklärte ein Sprecher. Doch trotz aller Vorbereitungen wird München sich in der letzten Septemberwoche wohl oder übel auf einen Ausnahmezustand einstellen müssen.